Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen I.O. Broker TASMOTOR Tutorial. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen solchen Durchflusssensor an einen solchen ESP D1 Mini anschließen könnt, wie ihr TASMOTOR zu konfigurieren habt, damit ihr die Daten von diesem Sensor auswerten könnt und wie das dazugehörige Blockly im I.O. Broker aussehen kann, damit ihr die Daten dort auswertet. Die ganze Geschichte hat hier mit diesem I.O. Starter Set begonnen. Wer mir auf Instagram oder Facebook folgt, der hat es ja in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen. Ich habe rund um dieses I.O. System ein riesengroßes Projekt für meine Verhältnisse gestartet und bin auf lauter komischer Ideen gekommen, was man da alles noch integrieren könnte, damit die Bewässerung des Rasens bzw. des Gartens noch smarter wird. Und als ich damit begonnen habe, hat sich dann irgendwann mal die Frage gestellt oder habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie viel Wasser verbrauchst du überhaupt mit diesem ganzen Bewässerungssystem? Und auf der Suche nach einem Sensor bin ich halt auf diesen Sensor hier gestoßen. Zuerst mal hatte ich überlegt, so einen normalen Gardena analogen Sensor mir zu nehmen bzw. so einen Teil, was man einfach an den Wasserhahn anschließt und der dann einfach nur einem anzeigt, wie viel Wasser man verbraucht hat. Aber da man das Teil nicht in den I.O. Broker oder sowas bekommen kann, habe ich mich für so ein Teil entschieden. Und mit diesem Teil hier kann man halt wie gesagt die Daten bzw. den Wasserverbrauch von hier in den I.O. Broker bekommen. Aber es ist nicht, das Ding ist nicht irgendwie geeicht oder für genauere Auswertungen gedacht, sondern es ist genau, also zumindest wenn man es richtig konfiguriert, kann es ziemlich genau sein. Ich habe es erst eine Woche oder zwei Wochen in Betrieb, das heißt so viele Erfahrungen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das über die ganze Lebensdauer, über die ganze Saison irgendwie zuverlässig zählt, aber in den letzten Tagen und den letzten zwei Wochen hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert und bin mit den Werten, die es liefert, sehr zufrieden. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich keine Langzeiterfahrung habe, kann ich euch jetzt nicht versprechen, dass es auf Dauer gut geht, aber für den Preis ist das eigentlich ganz okay. Das Teil hier gibt es in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, das hier einmal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Hersteller das war, aber ich verlinke euch das unter dem Video und es gibt unzählige von diesen Wasserdurchflusssensoren und die arbeiten im Endeffekt alle nach dem gleichen Prinzip. Hier drin ist so eine kleine Turbine, die wird durch das Wasser angetrieben. Da gibt es dann ein paar Impulse und diese Impulse werden dann halt an den ESP weitergeschickt und dort halt ausgewertet. Also, falls ihr auch so etwas vorhabt oder euch die Idee gefällt, den Wasserverbrauch im Garten im Auge zu behalten, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro zeige ich euch, wie das ganze System aufgebaut wird, wie das zu konfigurieren ist. Also, in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ach so, und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch sehr freuen. In diesem Sinne, bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, bevor wir loslegen, das hier ist ein Teil meines Projektes, beziehungsweise einer Serie, bei der es um Tasmota und Gartenbewässerung angeht. Das heißt, falls ihr noch nicht abonniert habt, auf Abonnieren klicken, damit ihr die anderen Videos nicht verpasst. Und falls euch das Thema smarte Bewässerung auch interessiert, ich habe vor kurzem dieses Mio-System getestet. Falls euch das interessiert, guckt mal nach oben. Ich verlinke euch das. Falls ihr mit Tasmota noch keine Erfahrung gemacht habt, ich habe vor kurzem ein Video mit den, ich sage mal, Grundlagen zu Tasmota rausgebracht. Und falls ich irgendetwas überspringen sollte, beziehungsweise etwas nicht erwähnen sollte in diesem Video, dann guckt in dem anderen Video nach. Das habe ich extra dafür gemacht, damit ich nicht jede Kleinigkeit im Detail erzählen muss, sondern auf dieses andere Video verweisen kann. Das heißt, falls ihr das andere Video noch nicht geguckt habt, das verlinke ich euch auch mal hier oben, dann guckt euch das an, falls ihr mit Tasmota noch nicht so viele Berührungen hattet. Okay, bevor wir loslegen, was braucht ihr alles? Also, ihr habt dieses Teil, ihr braucht einen ESP-D1 Mini, ihr solltet einen D1 Mini verwenden, beziehungsweise etwas, was euch einen 5 Volt Ausgang liefert. Denn es gibt auch solche Boards hier, wie das hier, das liefert, soweit ich weiß, nur einen 3,3 oder 3,7 Volt Ausgang. Und das könnt ihr nicht verwenden, da dieses Teil hier mit 5 Volt arbeitet. Und ja, deswegen empfehle ich euch so einen D1 Mini, weil der liefert diese 5 Volt, die dieses Teil hier benötigt. Was benötigt ihr noch? Außerdem benötigt ihr noch ein paar Jumper-Kabel. Nee, Spaß beiseite. Ihr benötigt ein bisschen Kabel, denn ihr müsst das Ganze hier miteinander verbinden. Aber das ist relativ einfach. Wir haben hier drei Kabel und an diesem ESP haben wir zwar hier einige Pins, aber wir brauchen, wie gesagt, nur drei Kabel und das Ganze ist relativ simpel aufzubauen. Ihr habt hier ein rotes, ein gelbes und ein schwarzes. Das rote ist das Plus. Das schließt ihr an die 5 Volt an. Hier gibt es ein Pin, wo 5 Volt draufsteht. Dort schließt ihr den roten an. Auf G schließt ihr das schwarze Kabel an und auf das gelbe Kabel schließt ihr auf D5 an. Und das war es im Endeffekt schon. Alles Weitere müsst ihr, wie gesagt, einfach nur in das Motor einstellen und dann das Blockly anpassen, damit es euch die Werte anzeigt und umrechnet. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt das Blockly an beziehungsweise wie wir das Motor einzustellen haben und danach gucken wir uns das Blockly an. So, dann legen wir los. Also, was braucht ihr? Ihr braucht zum einen Tasmotizer, um das Ganze hier zu flashen. Alternativ könnt ihr natürlich auch was anderes benutzen. Dann braucht ihr die Tasmota-Firmware. Ich verwende die deutsche, die Tasmota.de-Firmware. Und ansonsten gibt es da nichts Großartiges, was man beachten muss. Einfach hier draufklicken und dann wird das Ganze geflasht. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und wenn das fertig ist, melde ich mich wieder. So, das Ganze ist fertig geflasht. Jetzt übertragen wir noch die WLAN-Daten. Das heißt, ihr tragt hier euer WLAN ein und das dazugehörige Passwort. Bestätigt das Ganze mit Save und dann wird das automatisch an euren ESP gesendet. Der startet einmal kurz neu, wartet ein paar Sekunden und dann sagt ihr hier Get IP und dann wird euch hier die IP-Adresse des ESPs angezeigt und den könnt ihr dann per Browser ansprechen. So, und da ist das Ganze auch schon. Okay, gehen wir in den Einstellungen und stellen wir zuerst mal ein paar Sachen ein. Zum einen müssen wir das Gerät konfigurieren, sagen hier ganz weit unten Generic 18, sagen Speichern. Das System wird einmal kurz neu gestartet. Dann gehen wir nochmal in die Einstellungen, wieder auf Gerät konfigurieren und sagen hier bei D5 GPIO 14 geben wir Count N ein. Das ist das Ziel. Sagen wieder speichern, dann startet das System wieder einmal neu. Als nächstes stellen wir die MQTT-Daten ein, also hier MQTT konfigurieren, tragen unseren Host ein, den dazugehörigen Port. Hier könnt ihr einen Namen vergeben, dann eure MQTT-Daten, also Benutzer und Passwort und der Rest kann so bleiben oder ihr könnt es noch weiter anpassen. Als nächstes gehen wir zu den Logging-Einstellungen und sagen, wie häufig er uns die Daten an den IO-Broker schicken soll. Ich möchte es alle 60 Sekunden beziehungsweise zum Testen alle 30 Sekunden und sagen hier Speichern. Und zu guter Letzt ändern wir noch den Device Name, damit hier oben nicht TASMOTOR steht, sondern der Durchfluss, sagen wir einfach Durchflusssensor oder Durchflusszähler. Sagen hier Speichern und dann steht hier Durchflusszähler. Und dann sind wir im Endeffekt auch schon hier fertig. Ihr seht hier die Impulse. Das sind die Impulse, die ich vorher schon mal drauf hatte. und wenn ich hier durch diesen Sensor durchpuste, dann ändern sich hier die Impulse oder der Zählerstand. So, jetzt haben wir hier die Zähler. Das heißt, wenn Wasser durch diesen Sensor durchfließt, dann verändert sich dieser Zähler und für diesen Zähler brauchen wir oder müssen das Ganze jetzt umrechnen, damit wir mit den Werten irgendetwas anfangen können. So, das hier ist jetzt alles, was ihr in TASMOTOR vornehmen müsst. Der Rest muss jetzt im IO-Broker geschehen, denn dort wird das Ganze umgerechnet. So, das dazugehörige Blockly arbeitet mit zwei Datenpunkten. Das heißt, ich habe hier einmal einen Datenpunkt erstellt für Tageszähler Liter. Das heißt, dort wird mir angezeigt, wie viel Liter ich diesen Tag schon verbraucht habe. Und dann habe ich mir noch einen Zählerstand Liter Datenpunkt erstellt. Beides sind Datenpunkte vom Typ Zahl, also nichts Besonderes. Und hier schreibe ich dann halt rein, wie viel Wasser ich insgesamt schon verbraucht habe. Ihr müsst es nicht mit diesen zwei Datenpunkten machen. Das kann man auch alles über oder über den Source Analytics Adapter kann man das natürlich auch machen. Ich habe mich für diese Variante entschieden und habe mir dafür halt ein Blockly gebaut. Das Blockly dazu sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier einmal das Falz-Objekt und hier drin haben wir den Durchflusszähler, diesen Counter C1. Das ist ein Datenpunkt, der erstellt wurde beziehungsweise den Tasmota hier zur Verfügung stellt. Das ist hier dieser Durchflusszähler Counter 1. Den wählen wir aus und wenn der sich geändert hat, dann steuern wir den Datenpunkt Tageszähler, den wir vorhin erstellt haben, den steuern wir an und sagen einfach, den Wert von diesem Durchflusszähler geteilt durch 400. So, was sind jetzt diese 400? Diese 400 sind die Impulse, die sagen, also 400 Impulse sind ein Liter. Und wie kriegt man die raus? Ganz einfach, indem ihr diesen Durchflusssensor anschließt. Dann öffnet ihr Tasmota, geht in die Konsole und sagt einfach mal Counter 1 gleich 0. Dann wird dieser Durchflusszähler auf 0 gesetzt. Das heißt, hier dieser Zählerstand ist auf 0. Dann lasst ihr meinetwegen 10 Liter in einen Eimer fließen und seht, wie viel Impulse das insgesamt sind. Das heißt, wenn hier 10 Liter sind, waren es bei mir, glaube ich, irgendwas um die 6000 Impulse oder sowas. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf und diesen Vorgang wiederholt ihr 3, 4, 5 Mal und rechnet halt jedes Mal aus, was weiß ich was, 6000 Impulse durch 10 Liter, die ihr durchfließen habt lassen. Das ergibt dann eure 600 beziehungsweise in meinem Fall waren es halt 400 und dann habt ihr diesen Wert. Und das wiederholt ihr, wie gesagt, ein paar Mal und lasst immer die gleiche Menge Wasser durchfließen, also jedes Mal 10 Liter und guckt, dass ihr jedes Mal, dass ihr diesen Wert hier nehmt und der wird sich ein bisschen unterscheiden um ein paar 100 oder ein paar, ja, ein paar 100 Inkremente oder ein paar 10 Inkremente, keine Ahnung, wie viele Inkremente sich das unterscheiden wird. Aber dann nehmt ihr so ungefähr einen durchschnittlichen Wert, also wenn es einmal 6000, einmal 6100, ein 100, 6050 oder sowas in der Art sein soll, dann nehmt ihr was, weiß ich was, 6000, teilt das durch die 10 Liter, die durchgeflossen sind und dann habt ihr euren Wert, den ihr im I.O. Broker verwenden könnt. Hab gerade nochmal nachgeguckt, bei mir waren es 3600 Impulse für 9 Liter Wasser, also ich hatte einen 9 Liter großen Behälter, hab das reinfließen lassen, das Wasser dort und es waren jedes Mal circa 3600 Impulse, die diese 9 Liter waren und deswegen hatte ich 3600 durch 9 genommen und da kamen halt 400 raus und diesen Wert verwendet ihr, wie gesagt, im I.O. Broker und um den Zähler zurückzusetzen, sagt ihr halt jedes Mal hier Counter 1 gleich 0 beziehungsweise Counter 1 Leerzeichen 0 und dann wird der Counter auf 0 zurückgesetzt, ihr könntet dort auch 100 eintragen und dann würde hier 100 drin stehen, also so könnt ihr diesen Counter hier beschreiben. Also der Tageszähler ist der Counter oder die Zahl vom Counter durch euren Wert, in meinem Fall waren es 400 und das ergibt dann diesen Tageszähler. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich steuere jeden Tag um 23.59 Uhr diesen Zählerstand Liter ein, das ist dieser Gesamtzähler und das mache ich, indem ich den Gesamtzähler addiere, mit dem Tageszähler und ihn dann hier in diesen Zählerstand reinschreibe, runde das Ganze hier und hier auch jedes Mal ab, da ich keine Komma-Werte oder irgendwie sowas benötige und dann habe ich an jedem Tag den Zählerstand, den ich halt zu meinem Gesamtzähler dazu addiere und dann mache ich jedes Mal um 23 Uhr auch noch Folgendes, ich setze den Zähler jedes Mal auf 0 zurück und um den Zähler auf 0 zurückzusetzen, tragt ihr einfach hier dieses Request URL ein und tragt hier die IP-Adresse, cm, Fragezeichen, cmd und so weiter und dieses Prozentzeichen 20 sagt einfach nur aus ein Leerzeichen und dieser Wert hier, diese 0, das sagt aus, was ihr da reinschreibt. Das heißt, wir machen genau das Gleiche, was ich euch gerade eben in dem Konsolenfenster gezeigt habe, in Tasmota machen wir hier über den I.O. Broker, indem wir diese Adresse hier aufrufen und sagen einfach nur, er soll die 0 dort reinschreiben und dann wird dieser Wert jeden Abend auf 0 zurückgesetzt und wir fangen an jedem Tag mit einem frischen Wert an und schreiben das in diesen Tageszähler rein. Also so sieht mein Blockly für diesen Durchflusszähler aus. Ihr könnt euch da selber was einfallen lassen, aber wie gesagt, am einfachsten ist es, glaube ich, wenn man es so macht, wie gesagt, einfach eine abgemessene oder eine bestimmte Literzahl an Wasser durchfließen lassen, die Inkremente nehmen und sie dann halt dividieren. Also, was ich euch bevor erzählt habe. Das ist im Endeffekt das ganze Geheimnis, wie ihr das Teil in den I.O. Broker bekommt. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und einen Daumen hoch da lasst und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr das nächste Video zu dem Thema TAS Motor und smarte Gartenbewässerung nicht verpasst. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit eurem Durchflusssensor oder Durchflusszähler. und viel Spaß mit eurem Durchflusszähler. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verpasst. Ich habe das einigermaßen verpasst.